Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 13. Mit mir dabei ist wie immer der gute Valvorik. Servus und hallo. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie schon so oft, aber so oft haben wir das mit Sheffield United noch gar nicht gemacht. Und trotzdem haben wir es nie vergessen. Und schon lange nicht mehr. Ja, schon über ein Jahr jetzt nicht mehr. Das ist fast schon peinlich. Ja, voller Scouting liegt hinter uns. Wir sind sowas von vorbereitet. Wir haben niemanden gekauft. Es ist eigentlich nichts passiert. Also wenn ihr die letzte Folge seht, denselben Kader haben wir immer noch. Wir haben nicht mal umgestellt von der Aufstellung her. Wir haben eine Budgeterhöhung bekommen, eine ganze Kleine. Haben die 400.000 auch sofort in die Gehälter gepackt, damit da wenigstens ein bisschen weniger Minus ist. Hust, hust. Damit es ein bisschen besser ausschaut. Aber ansonsten, McDonalds wollte weg, aber bleibt doch da. Ihnen gefällt es doch hier so gut bei uns. Anders gesagt, Halt City wollte McDonalds... Ja, McDonalds wollte auf warmes Brot und kaltes Wasser nicht verzichten. Dann hat er gedacht, er bleibt bei uns. Ja, und für uns steht jetzt aber wieder Liga-Alltag an. Ich meine, wir haben ja eh, glaube ich, 44 oder 48 Partien, die wir spielen müssen. Oder 46, irgendwie sowas. Oh, ja. Deshalb würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem Tabellenvierten, gegen den wir jetzt spielen müssen. Colchester. Und zwar in Colchester. Also, wird bestimmt einfach. Ja, die haben bisher sechs Punkte aus zwei Partien. Also, zwei Siege. Das heißt, das Maximum rausgeholt. Wir haben einen Sieg, eine Niederlage. Hust, hust. Also, das geht besser. Das muss besser gehen. Schauen wir mal, ob wir in Colchester City. Wir werden es erleben. Wie es da läuft. Ich würde sagen, wir gehen aufs Spiel starten. Ich kann es ja nur umsetzen. Und hoffen, dass uns EA nicht rausschmeißt. Ja, 3D-Spiel wie immer. Wie es gerade zweimal passiert ist. Ja. Und, ja, stärkenmäßig sind wir ja ein bisschen drüber. Aber das hat uns beim letzten Mal schon nicht viel gebracht, glaube ich. Und, ja. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Vor allem, weil die Saison und die Form so ein bisschen besser ist von Colchester. Ein Tick, ja. Aber nach zwei Spielen ist das ja auch immer schwierig, zu sagen. So. Aber, nachdem Skype ja jetzt... Ich sage schon wieder Skype, Mensch. Nachdem Fraps... Ja, genau. Jetzt haben wir alles. Origin. Was auch immer. Origin. Nachdem das ja abstürzt, wenn ich Fraps einfach weiterlauze, laufen lasse, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Wir fahren jetzt erst mal nach Colchester. Und, ja. Sehen uns dann im Stadion. Bis gleich. Tschüss. So. Willkommen zurück. Das 3D-Match wird immer noch geladen. Übrigens. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind... wir waren gerade auf dem Weg nach Colchester. Weil, wo ist immer noch da? Ja, der Verkehr ist ja Wahnsinn Ja, weißt du Sagt der, der auf meiner Schulter eingeschlafen ist Pfeife, ich hab immer noch so einen Sabberfleck Können wir jetzt bitte mal ins Spindadion gehen? Wir haben keine Zeit hier Wir haben doch keine Zeit Wir haben so viele Matches vor uns Der Vierte gegen den Vierzehnten Ja Schon mal gespannt Von Colchester haben wir auch ein paar auf der Scouting-Liste Wenn euch nichts täuscht Aber die konnten wir leider nicht mehr Verpflichten vor dem Saisonstart War das Colchester? Aus besagten Problemen Sind auch welche dabei Ich glaube, von der halben Liga haben wir irgendwelche Leute auf der Scouting-Liste Aber was mich so ein bisschen wundert Dass es hier so gar nicht weiter geht The Match you've calling wird temporell nach hinten geschoben Oder so Das ist eine Aufnahme Oh nee, jetzt hat es gerade fertig geladen Jetzt sind wir im Stadion Yay Yay Genau Die spielen mit einer ähnlichen Aufstellung wie wir, oder? Nee Bisschen offensiver Ja Mit Außenstürmern 4-3-3 Ja, ich bin gespannt Och, das ist ja eine süße 12 auf dem Rücken vom Torwart Also nicht auch von unserem Wir haben alle so komische Zahlen Und wir auch so komische Zahlen Bitte nicht Diese Zahlen, aber Aber echt Sears Ich bin gespannt, wie ich sehe Ob ich flüssig sehe, oder nicht Bei mir stockt es Ich sehe auf jeden Fall Magic Bei mir stockt es auch ein bisschen, aber So einen Namen kann ich keiner legen Ja Gerade war Isid am Ball Jetzt ist Wood Wardsworth Oh, oh, oh Absatz Das hast du gesehen, ja Da soll ich sehen Einblick, ja Das ist die EA Das sind die EA Augen So Shane Long Ich bin hier kein algerischer Schiedsrichter Musashi, war das gerade Oder japanischer Schiedsrichter, oder Aber hier gibt es auch die Tobi-Technologie noch nicht Black Man Theodorczyk Komm schon, komm schon, komm schon Ja Der ist langsam Tor Ja, schön Theodorczyk Der Lukas Der Lukas, wir haben auch so komische Nummer hinten drauf Na gut 1-0 Fünfte Minute, es läuft, geht auf jeden Fall gut los Schön Das sind wir Im Übrigen, falls ihr es noch nicht gesehen habt Wisst ihr, jetzt habe ich es leider nicht gesehen Aber schön gemacht Ich hoffe, man sieht es auch ein bisschen flüssiger in der Aufnahme Das stimmt nämlich auch so ein bisschen Aber, naja Hago B hat ja neue Technik Computer, äh, komplett neu gemacht Er hat neue Technik eben nicht, das ist das Problem Also Alte Technik neu gemacht, das ist ja das mal Alte Technik neu gemacht Refurbished Oh, aber jetzt Gibt es Elfmeter? Das war zumindest ein Foul von Im Gegner Regen sich zu mir das auch Ne, Freistoß Oh Ja, Fisch und Leck macht den einfach trotzdem rein, egal Nice Ob jetzt Elfmeter oder nicht, ist ja egal 2-0, Pavel Unsere Polen Connection macht es Direkt verband Ja, unsere Polen Connection macht es einfach mal möglich Jetzt sehe ich unsere Rasterlocke Ja Aber schön gemacht Respekt Obwohl unser ganzer Sturm besteht aus Polen, oder? Braucht man gar kein Steven Gerrard oder irgendwer Wischelock Problem an dem Ganzen wäre, Steven Gerrard hätte wahrscheinlich drüber geklönt Weil er so viel Schusskraft hat Schön, Wischelock Guter Start Die Pause hat euch gut getan Ja Das Ja Das Ja Wir haben sie extra ein bisschen ausgerudelt in die Partie gehen lassen So Long, den holst du raus, bitte Ja, sicher festgehalten Wachen wir aber beim nächsten Spiel Nächstes Spiel stand dann Keine Ja Nächste Folge kommt dann in einem Ja Nein Let's Play könnte sich dann etwas rauszögern So, Musashi Ne, also Dagober hat so seine Technik ein bisschen Eben 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 Der war aber besser. Vorteil. Gjollek. Abseits, oder? Nee, abgelaufen. Schade. Schade. Maguire, unser Jungsbund. Tobi? Harry? Nee, nicht Tobi. Mary auf Gjollek. Was das gibt jetzt? Stürmerfaule? Gelb. Der war ja gar nicht am Ball. Stürmerfaule. Oder am Mann. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Naja. Foul könnten wir vielleicht noch drüber diskutieren. Wobei, eigentlich wurde er vorher gefoult. Eigentlich ist er eher umgekehrt. Er wurde vorher gefoult eigentlich. Aber gut. Wir sind Auswärtsteam. Da musst du auch mal mit einer Entscheidung gegen dich rechnen. Gjollek. 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 Ja, gut verteidigen bitte. Danke. Gjollek. 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 Aber was bringt schon Ballbesitz? Torschausen müssten auch für uns sprechen. Frag mal die Spanier, was Ballbesitz bringt. Torschausen müssten eigentlich auch für uns stehen. Was war das denn jetzt? Handspiel oder was? Der Schiri ist auf jeden Fall sehr pfeifräglich. Ich habe dann nicht mal eine Ballberührung gesehen. Aber gut. Vielleicht lag es daran. Hat den Ball nicht berührt. Gleich gelb vom Platz. Der hatte schon gelb. Ja, Maguire steht gut. Hinter Abwehr. Der Tobi. Blackman, komm schon, zeig auch mal was. Der war schlecht. Ja, komm Blackman, setz dich durch. Ja, hätte nicht passen sollen, sondern gleich laufen. Maguire. Fair. Okay. Ich hätte das wahrscheinlich auch abgegriffen, aber gut. Wenn ich mich mal nicht beschwert habe. Schön von hinten gekommen. Das gleicht sich jetzt irgendwie aus. Ein bisschen Theodorczyk. Ja, ja. Rechts rüber. Schade. Wäre fast vorbei gewesen. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, ob wir den nicht auswechseln müssen zur Halbzeit. Gelb im Nachhinein? Nee, das war der, der gefault hat. Sie im Nachhinein? Wir fahren als Stürmer. Aber wir waren doch gerade noch im, äh, war doch Vorteil. Nee, war kein Vorteil. Er hat abgepfiffen. Warum auch immer, weil wir eigentlich Vorteil hätten haben können. Ja, wir waren nicht weit. Jetzt hat er eine Chance. Es gibt es noch. Danke rüber. Schade. Ah, vor allem, die kontern jetzt gerade. Ah, ja. Umsatz, umsatz, umsatz. McMahon, alles gut. Alles gut. Abwehr hat es rausgegeben. Schade. McMahon. Erste Halbzeit. Halbzeit. Ja. Ja, zwei Gäbe Karten für die Gegner ist auch jetzt nicht so schlecht. Und vor allem die, also wir waren schon dominant. Aber hier, Theodorczyk, hier auch keine frische Einbuße, obwohl er so oft gefoult wurde. Gefällt mir auch. Ähm, wir können jetzt wechseln. Die Frage ist, ob man den Dings ändern, den Wüschel leckt. Ob wir den rausdecken. Ob wir den auswechseln. Ja, zum Beispiel. Dem auch mal eine Chance geben. Ja. Sollen wir den dann weiter vorziehen? Als L.A.? Dass das L.A. geht. Ja. Hat er zumindest bessere... Egal. Können wir auch als linker Mittelfeldspieler laufen lassen. Linker Verteidiger. Können wir, bleiben wir Systemtruhlen, oder? Wie ist denn das, wenn er, äh, gewöhnt er sich das dann eher ein? Wenn man als L.M. geht? Wenn er spielt, ja. So habe ich es jetzt bestanden. Okay, ja, dann lassen wir das L.M. Ja. Okay, ähm, sonst lassen wir den Rest erstmal, oder? Du bist ja noch alle relativ fit. Würde ich auch sagen. Kannst du noch Spielgespräche machen? Äh, so haben wir uns das vorgestellt. Vielleicht. Das klingt immer gut. Bei 2-0. Ja. Ist auch nicht hoch. Ist okay. So, Blackman kann auf jeden Fall motiviert werden. Da darf gern mehr kommen. Musashi auch. 5. Logen kann man gar keiner so richtig. Nee. Günther. Können wir auch motivieren. Murray. Ähm. Und die werden einbrechen. L.S. Gerade der Günther hat nicht so die Fitnesswerte. L.S. L.S. Noch motivieren. Also Günther müssten wir eventuell auswechseln. Der könnte ziemlich einbrechen von den Fitnesswerten. Ja. Von der Frische her ist er eben Murray. Den wir mal hier auf die Massagebank schicken müssten. Und. Ihn hier. Macht das bei Günther vielleicht, oder? Ja. Ich meine, er ist bei 99, aber. Die Fitnesswerte sind doch nicht so der Hammer. Ja, komm, machen wir das so. Gut. Ne, gut. Man spürt, dass bei der aktuellen Verfassung des Teams selbst diese Führung noch keine Garantie für den Sieg ist. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, die Verfassung war vor dem Spiel nicht der Hammer. Ein Stern oder zwei. Na gut. Schauen wir mal, was weitergeht. Aber. Ist ja noch nichts verloren jetzt hier. Gegenteil. Wir führen 2-0. Das haben wir nicht vergessen. Tendenziell eher mehr gewonnen und was verloren. Ja. Genau. Oh, wie. Ah, schön dazwischen. Den gestört. Blackman. Jetzt. Theodor Cik mit. Der ist vorbei. Im ersten. Kannst nicht wohl. Im zweiten noch nicht ganz, aber. Doch weiter. Ja. Ah, schade. Wow. Stange oder was war das? Ne, aber Torwart hat gehalten. Okay. Sonst wäre er aufs Tor gekommen direkt. Ecke. Das Deck im Spiel. Der Deutsche kommt nicht ran. Okay. Erstmal geklärt. Oh, wie. Oh, Konter. Mhm. Wir sind ein bisschen unsortiert. 2 gegen 3. Ja, O'Toole. Aber Günther hat sein Fuß dazwischen. Ja, gegen 2. 2-1. Ne, ich meine von den Spielern, ja. Das hat sich gerade CBU gedreht. Ja, klar. Die auf einmal die Mehrheit hat nicht. Günther war, mein Fuß dazwischen hat er aber dann unbewusst aufgelegt. Für Morrison. Nicht so cool. Morrison, ich glaube, dem hat Frauhoff dann. Das Kontingliste wäre ich überraschend. Ja, echt überraschend. Echt überraschend. So. Freistöße für uns. Naja, wir sind gar nicht so... Ist ja ankommen. Morrison wieder am Ball. Jetzt hat nichts auf Zeitspiel spielen. Wortswurst. Jetzt schon. Nach 56 Minuten. Jetzt war mal... War Günther mal dazwischen. Den Ball erkämpft. Jetzt sollte man selber übernehmen können. Und einfach nur hintenrum den Ball spielen. Blackman. Blackman, jawohl. Jetzt ist er durch. Mist. Nicht schlecht. Aber der gefällt mir schon ganz gut. Ja, den haben wir gut motiviert. Kannst dich schön durchdribbeln, aber das Ziel war es da viel. Ja, Theodorczyk hat sich auch gut durchgedribbelt. Hat aber dann... Das Pech gehabt, dass Merritt halt auch kein schlechter Torwart ist, glaube ich. So, ist auf dem Niveau. So, Tanne. Er wird noch gefoult. Und macht den Freistoß. Und die gelbe Karte. Für den Gegner. Aber 8 zu viel Fouls ist auch... Die Samen auch fleißig. Oder auch mal Zeit. So. Maguire macht alles, oder? Freistoße. Spider-Man spielt. Maguire, Theodorczyk. Der macht alles. Der macht einfach alles. Ja, die kommt immer wieder durch. Und leere Flügelflitzer. Jetzt ist dann gefährlich. Hinten rum. Okay, so nicht. Ja. Noch nicht. Weil haben sie nicht die mehr. Ja. Ja. Oh je, je. Oh je, je. Oh je. Was war das denn für ein Schuss? Was war das für eine Parade-Long? Es war keine Parade. Es war einfach nur nix. Gib mal einer bitte dazwischen. Oh, schade. Da gucken alle zu. Ja. Auch den Dazki hier. Ja. Ja, die Halbzeitansprache war schon. Passt. Es ist noch keine Garantie für den Sieg. Die Form scheint wirklich nicht der Krache zu sein bei uns. Die haben alle die Buchsen voll. So, ich glaube wir müssen jetzt mal was machen. So, wir wollen McDonalds einwechseln für Musachi. Offensiv vielleicht noch ein bisschen mehr Ideen. Ja, können wir machen. Alternativ. Noch einen Stürmer austauschen. Aber welchen? Ich weiß nicht so fitnessmäßig aus. 82, 83. Weiß frische. Pore haben beide geschossen, oder? Ne, Theodorczyk und der ausgewechselte. Wie heißt der? Achso, okay. Ja. Musziolik. Mhm. Na ja, da vielleicht Beckmann raus. Für Henlon. Ja, wir haben keinen anderen Stürmer. So? Na, lass uns was probieren. Ja, wir müssen mal was ausprobieren. Und defensiv wechseln ist, glaube ich, nicht die beste Idee jetzt. Oder? Probieren wir es mal so aus. Geht's auch mal ein bisschen, also einsatz 25. Das geht auch noch ein bisschen höher. Trainingsspiel? So. Das könnte uns im letzten Spiel eventuell auch den, die Punkte gekostet haben, wenn das letzte Mal schon so eingestellt war. Das war der, den wir von Manchester City haben. Geholt haben, ne? Aus der Jugend. Oh, Henlon. Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon zu lange, ja. Ja, schön. Nummer 27. Schöne Nummer. Schönes Dorn. Das, glaube ich, sein erstes Spiel. Ja, sauber. Wie abgeklärt. Kommt von der Bein, guck mal, wir uns gleich beweisen, was er drauf hat. Vor allem er ist relativ jung. So wie ich uns kenne. 18 und 19. So, jetzt nicht wieder den Konter kriegen. Ne, McDonald ist dazwischen. Ja, du hast ein Stück. Oh, Hendon. Der passt auf den Händen. Haut nochmal drauf. Okay, der war ein bisschen schwach. Na ja, bei dem Goalkeeper kann man es mal probieren. Hat schon dreimal hinter sich greifen müssen. Also offensiv finde ich uns schon ganz gut. Defensiv noch auswahlfähig. Die Maguire steht ganz gut aus. Sind bei 25% Einsatz, können die nicht wirklich rangehen. Weißt du? Ja, stimmt wohl. Günther, ja, jetzt ist er nämlich mal dazwischen. Gebt mal einer an den Ball, bitte. Das erwarte ich dann schon noch. Geht mal hingeklärt. Darf ruhig noch einer an den Ball gehen? Der Einsatz war jetzt da, aber da rangehen? Ich habe ihn doch schon geklärt. Was soll ich denn jetzt auch noch? Bean, Mr. Bean. Be high. Sie halten mit überbewertet. Ich wollte gerade sagen, er hat gerade so geschrien oder so gestöhnt, als würde es 11 Meter geben. So, als würde er ungefault worden sein. Danach sah es ehrlich gesagt auch aus. Als hätte da unser Torhüter ein bisschen den Fuß dazwischen gehalten. Na ja, er hat nicht gepfiffen. Das ist wie die offensivste Torhüter bei uns. Er hat nicht gepfiffen. Aber auch nicht schlecht, wie die Abwehr gepfiffen wird. Macht er denn noch neu, unsere Torhüter? Ja. Söner wird fünfmal angeschossen. Abwechsen, abwechsen, abwechsen. Ja, wir sind noch im Angriff. Ich denke, da kann er noch... Okay, jetzt kann er abhalten. Abfalten, abfalten, abfalten. Destinell... Nicht abdrängen lassen, nicht abdrängen lassen. Hui! Der Russische RB ist mein Herz in die Hose. Auch bei einem englischen Drittligist. Genau. So, jetzt weit nach vorschießen. Yes! Sieg! Juh! Was macht die Zeit? Was ist ein Auftakt? Ist vorbei. Ja, wie gedacht, dann würde ich sagen... Dann komme ich in Folge beenden. Danke fürs Zuschauen euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr es noch weiter sehen wollt, ob es cool ist, dass wir weitermachen. Oder ob ihr es schon vergessen habt. Ach, das gibt's ja auch noch. Lass uns was gerne wissen. Was eure Wünsche fürs Let's Play sind. Und vielleicht auch irgendeinen Spieler, den wir mal holen sollen. Ihr wisst, wir haben unsere Rahmen. Unsere ausgeschöpften Rahmen. Aber... Lass uns gern... All das da, was ihr euch... Was ihr loswerden wollt... Vorschläge könnt ihr immer machen. So viel sei gesagt. Richtig. Gut. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann. Bis dann. Genau. Tschüss. Man sieht sich. Ciao. Ciao. Ciao.